ja ja wir müssen vorne an die mauer dran also das ist lauter ich dachte das wird das wird für die anderen ich werde jetzt wenn ihr da vorher den schlachtblatt für euch behaltet ich dachte wir reden einfach nur frei ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wenn es jetzt Rentsch ist. All right. Oh, hold up, hold up. I'm going to start the recording. Oh my God. Brigade, move out at your own pace. At a quick time, Alistair. So, you're first now, Jack. So, you're first now, Jack. Ja. I'm going to change it. I'm going to change it. Okay. So, Battalion, New Designation, 2nd Battalion, okay? 2nd Battalion, this year. 2nd Battalion, copy. Take me to me, right face. That's company! Right! Right! Wo? hier wurde gerade was anderes gesagt Ruhe! Double Quick March! Ich krieg gar nix! Ach! Ja! Don't break! First Battalion! March! Test Company hat's a Double Fort March! Naus, wir zielen so ungefähr knapp links am Punkt B Puh-puh! Anstrengen Dill 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 Nabeige, Nabeige, Nabeige. Nabeige, Nabeige. Quick time over the top Up and over 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 I'm still in the shoulder arms You're in the right shoulder shift Take a look, we still have guide right as battalion We'll do the right We'll do the right We'll do the right Private MJ, please unfix the bayonets Okay, give us the time and make sure you're reloaded I think, yes Okay, unfix your bayonet First battalion Second company First company, load Second company, all loaded Loaded First company, loaded Valentino, unfix bandit Unfix, sir Okay, that's a visual glitch Goddammit Do you want me to take a look? I think it looks cool Yeah, I think so too They are forming up Right where they should be Union is already there I think at minute 30 At the latest They will commence their first attack So It works pretty well Must be Yep, okay Assisi There Are we going to do the right? Yeah, that's it One Eight One Eight Our One 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 Two One ich verstehe gleich den Wert ein bisschen du brauchst du ein bisschen hoch runter zu es ist Die beiden bereit sind. Alright, CSA ist jetzt nach vorne. Nicely. Das ist doch soerhär. Nah, ich hoffe es ist wie sie noch mal verboiligt. Wer denkt sich mit dem Schwenker zu? Die Schwenker sind alleine. Das ist wirklich so cool. Also, wenn die Schwenker hier in den Neida kommen wird. Der Slinger, gleicher und linkser! Stop! 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 Bis zu mir, bis zu mir! Ich weiß nicht, man hat ihn erwischt! Ja! Ich weiß nicht, man hat ihn erwischt! Ja! Scheiße! Well, they are hitting some Union guys. So, it's okay. Take it! Take it! Yep. Hello! The CSA is taking more casualties, but still moderate. They can still operate. That's okay. Looks pretty nice now. Focus on the left. Fire! Ffff! 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 Ja, das funktioniert ziemlich gut, es gibt nicht zu viele Kasualitäten. Danke, Gott. Danke, Gott. Danke, Gott. Okay, Gott. ja er kann ein bisschen ein bisschen Dressing it up Dressing it up Just fight Just fight Just fight Battalion Die Konferenzen sind ihre Linien Nice Sie sind ein wenig zu weit nach dem Weg, aber es sollte nicht ein Problem sein Ich sage, wir lassen es laufen Ja, für die erste Phase, sie waren supposed to shift forth and back Aber wenn sie ein paar Schifte zu rechts oder rechts, ist okay Die Minute 23, sie werden zurück und schiften alle zu rechts Restrictions für was? Nein, nein, keine Restrictions Ah, okay Ja, okay Ja, okay Ja, nein, kein Problem Die Box gone Oh Oh ... 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 Die sind jetzt nicht so schnell. Die sind so schwer. Das war er. Die sind so schwer. Die sind in der Mitte. Die sind so schwer. Die sind die Böden! Der ist so schwer. Du kannst hier halten. Battalion A. Fired. Nite, nite, nite. Nite, nite, nite. Keep firing We always do, sir! Nite, keep firing, boys! Keep firing okay they were already talking about shifting shifting back time for the next messages yeah 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 we have another choice Ich wiederhole mich, bitte haltet den Chat frei. Schreibt nichts in den Chat. Rauch aus dem Reichen hinter den Büschen da, Richtung... Das hier von der Fahne ist normal, aber Battalion steht die Fahne, du mal da. Okay. Hey, Lübert, lass mich mal raus. Was? Einmal rauslassen. Nicely, nicely, nicely. Wir haben hier einige Lücken. Ja. Komm, dress to the center. Weim geht Richtung Weim. Ja. 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 密集 green guy. Ja. Na. Ja. Ja. Wichen G-General, Van Cleef is moving over the field. Towards Captain Mendenhall, let's see what he has to say I believe it's ulti And it's uncle Yeah, it's uncle He's retreating now Alright, copy that General, you can actually Get to the discord of RT Yeah, I was already on my way Alright, that's fine Thank you General Keep it coming Keep it coming I'm going to go to the left So, I'm going to go to the right So, I'm going to go to the right We're going to go to the right One battalion is already shifting Hey, Kota Yeah, if the Furniture takes another officer spot No, because my colonel wants to join the battle If that's possible No problem Yeah This is only in the other battles When the pistols come to play For today, it's no problem Okay You're not too ready I'm going to go to the right Fire at will Zwei mal hinterher. Ja, es dauert die anderen beiden battalionen ein bisschen länger, um nach links zu gehen. Ja, es gab einen großen Schrank der Russen, aber sie sind in der... in der Formation jetzt. Sie sollten jetzt eine Minute gehen. So, es ist okay. Ich meine, es ist ein bisschen Lull, ein bisschen Boring Minuten für die Leute, die nichts zu tun sind. Ja, ich habe das, dass das ein bisschen schneller wird, oder zumindest... so, dass sie jetzt ein bisschen verbunden sind. Das war's für heute. Das ist auch schon bei der anderen Seite. Es ist ein Licht. Wir sehen uns, wie wir in der zweiten Basalion bauen können. Aber ich denke, wir werden jetzt zwei Muskeln bauen. Ja, ich verstehe. Ja, ich wünsche mir, dass ich hier ein bisschen geflogen hätte. Especialmente für die nächste Battle, weil es dann eigentlich geflogen war. Vielleicht in zwei Wochen. Wenn es zu spielen kommt, habe ich nicht gesehen, ob er die Nummern erreicht hat. Ich habe es gesehen, die Voselgen sind in der Distance. Schulter, arms. Schulter, das ist nicht drauf. Guys, 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 basically go from Right Click, und ja, just press Right Click, Nicht nach Schilder, 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 Arms. Esadius, Dagwood... Ja, Esadius und Dagwood... Ja, sie sind jetzt gegen eine Minute. Okay, Jackson hat gerade die Anrufe, um nach Minute 15 zu stecken. Für alle Battalions. Ich werde der CSA-Batterie die Chance, um drei Rounds in die Union-Brigade zu fangen. Ja, ich werde die Union-Batterie am Ende des Battle. So, wenn es nicht egal ist, wenn sie eine Full-Hit haben. Aber CSA-Batterie kann das jetzt machen. Ja. 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 zurück 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 okay apparently they are already talking the infantry guys with the with the arty guys and union is also allowed to fire some rounds csa brigades or battalions take company Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 okay all right csa is really getting it now the leftmost battalion is almost unmolested it seems yeah the russians have to fall back but that's okay they were a little too far so they were full psyched for everybody so yeah fire 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 second battalion Glückwunsch auf dich! auch du mein sohn teif ist nicht besonnen auch du mein sohn teif ist nicht besonnen Achtung Oh ja, Union ist jetzt zu großartig. 1 Ja, sie haben bereits das. Ich habe sie nicht verletzten. Es ist okay, sie können... Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ich denke, sie sind nur noch nicht verletzten. Die Union hatte auch einige Parallelteile von den großen Schäden, so alle haben einen Geraden. Ich denke, die Russen sind wieder zu gehen. 1 1 Let's time up! Let's time up! We got it now! Yeah we will! Let's time up! Step back a little bit! You're still on the other side We're still on the other side We're still on the other side First one loaded! First one loaded! First one loaded! Fire! First one loaded! And cut down! And I'm back! First company Gave the Union battery That is, use 8 battery Permission to fire the infantry again Fire! 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 Second battalion take aim! Aim! Looking good, 51st First battalion Fire by battalion! Second company Fire by battalion Ready! Second company Make ready! Second company Ready! Second company Aim! Second company Aim! Aim! Well done! Door! The enemy One! Win! Move! The enemy Duty On my own! We have one кто They need to take aim! Two guys Take aim! Take aim! 揉! And then them! Call them! Fire! No! Nooooooo! T spoke to you! Ja, ja, ich gebe ihnen die letzten Messen, und dann können wir ihnen die Union-Viktorie geben. Was ist das? Ja, wir gehen zurück. Danke auch. Ja, wir gehen zurück. Ja, wir gehen zurück. Ja. Ja. So, should I give it a Union-Viktorie, or should I directly change the map, what you see? Ja, ja. Ja, 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 ja. So, end round, winner USA. Ja. Okay, so, the conquest map should not take too long. Prime port is on on TTM, right? Okay, then we change to the map pack, and then I have to change it to the prime port, huh? You still don't have access to the server stuff, right? Okay. No problem. Okay. No problem.